So, let's go! Wir spielen Brawl Stars, Yoshi und ich. Let's go! Und dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit der ersten Runde. So! So ein paar Juwelen sammeln. Oh Gott, ich muss erst mal wieder ins Spiel reinkommen. Das ist schon eine Weile her, dass ich's gezockt hab. Naja, ein paar Tage habe ich gehört. Drei Tage, ja? Und ich hab schon alles wieder vergessen. So was? Ich bin nicht so schlau wie ne künstliche Intelligenz. Äh, Papa. Ei. Boah, Alter, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. So, komm mal. Ja, okay. Ich hab's gut. Äh, nein! Ach, Mann! Verdammt. Verdammt. Du hörst dich nicht gesund an. Was ist das denn? Ich bin immer noch erkältet. Ach, deswegen hast du deine favorisierten Videos hochgeladen? Ja. Da wo du doch, äh, da wo du dich noch gesund angehört hast. Ja, ich glaub die sind von Mai oder so. Von Mai? Ja, Mann! Ja. Ja. Die hab ich ein bisschen lange aufgeschoben. Nicht nur am Bestien, sondern am Bestien. Ja. Verdammt du Scheiße! Ja, wir verlieren. Ja. Ach, Mann! Oh, Mann! Aber die nächste Runde gewinnen wir jetzt. Was? Okay. Die Runde gewinnen wir! Ach, verdammt die Kaka! Ja, jetzt die Runde gewinnen wir! Die Runde gewinnen wir! Jo! Jetzt aber der Sieg, ey. Alles zählt. Nee, nur der Sieg zählt. Nicht alles zählt. Nur der Sieg zählt. Junge, was war das denn jetzt schon wieder? Ach, Mann. Ich spiele länger als du. Ach, Mann. Ich spiele länger als du. Ja, ja, deutlich länger. Ich finde das Spiel Ja, ich finde es jetzt auch. Ja, so mittel. Gibt bessere Spiele. Ja, mal schauen. Bei mir wird jemand, äh, einer Fiffen. Verdammt, ich bin tot. Nein, Digga, wir verlieren schon wieder. Nein, das kann doch nicht sein. Das einzige will, will ich, dass die gottverdammten Roten... Und ja, Alter. Ach, komm, Alter. Ja, Alter. Ach, Mann. Das läuft bisher schlecht. Wobei, wir haben gewonnen. Fällt mir erst jetzt auf, wir haben gewonnen. Wir haben nämlich nichts gewonnen. Hä? Bin ich jetzt ganz blöd? Okay. Ah, das hat Raphael auch zu mir immer gesagt. Raphael? Ja. Ja, mit dem war ich mal befreundet. Ist länger her. Über was ein Wheeltalk? Nee, 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 nee. Ich lass den aus den Videos draußen. Was, was, was hatte ich mit ihm? Eine WG? Was meinst du? Nein. Ach, Mann, ey. Das Einzige, was ich will, will ich, dass ich die gottverdammten Roten beziehe. Ach, Mann. Die gottverdammten Roten. Ja, das geht's doch einfach nicht. Mann, aber wir führen immer noch. Die sind einfach zu gut. Na, ja, es geht so. Mir geht's grad auch nicht, weil du halt nicht. Oh, warum? Ja, Alter, komm, 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 komm. Nichts verlieren, nichts verlieren. Ja, so. Bloß nicht. Komm, sieh. Na, okay, ich hab, ich hab nochmal einen Stein verloren, Mist, aber den kann jemand anders einsammeln, gut. Gewonnen. Ja, Mann, ich hab die meisten. Die Einheit. Okay, machen wir noch, machen wir noch eine Runde. Ja, hab nicht so Lust, wenn ich ehrlich bin, aber, ja, mal schauen. Also, wenn die jetzt wieder so krass sind, dann... ...bewege ich dich gottverdammten Roten. Auch wenn ich das Letzte... ...tue, was ich tue. Irgendwas laber ich noch. Keine Ahnung. Sag mal so, das ist das Letzte... ...die Letzte... ...Runde für dieses Video, dann können wir ja... ...jetzt noch danach, Offscreen, ein paar Runden spielen. Ja. Wählen ein. Ich beschütze dich. Okay. Gehen wir nicht zum Roten-Team. Komm zu uns, komm zu uns. Zu uns auch, babe. Ja, 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 okay. Ich bin doch kein Verräter. Ich geh doch nicht ins gegnerische Team rüber. Ja, um die vielleicht zu attackieren. Na, naja, was soll's. Mit deinen zwei, äh, Dings, da solltest du dir lieber nicht attackieren. Nein, nicht attackieren! Beschütze! Hello! Ach so! Ja, ich könnte ja meine Edelsteine verlieren. Das vergesse ich immer wieder. Ich beschütze dich, okay? Komm her, komm her. Komm her, komm her. Okay, komm, komm zurück, komm zurück, komm zurück, zurück. Ich bin auch echt... ...netter Schlauste, oh Mann. Wetter gering verdienen. Niemand attackiert mir das. Es ist das erste Mal, dass ich so viele Steine hab, deswegen... Das bin ich gar nicht gewohnt, deswegen geh ich immer in Offensive. Ja, solltest du bei so viel lieber nicht machen. Da hast du recht. Ach, schatze, ich bin tot. Äh, warte, ich komm gleich auch ins Leben. Okay, bitte. Mhm. Okay, okay, da kommt der Wohltan. Versteck dich lieber. Mhm. Komm her, Alter. Wird doch. Nein, fuck! Komm mit mir, komm mit mir! Was? Ich wurde aus dem Spiel rausgeschmissen? Äh, äh, nein. Nein, nicht dein Ernst. Warum das? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Äh, doch, tatsächlich. Wurde es mir jetzt wirklich rausgelegt? Ja, weil ich mich nicht bewegt hab, ne? Aber ich dachte, ich kann mich da einfach verstecken weiterhin. Deswegen hab ich mich nicht mehr bewegt. Du solltest dich lieber immer bewegen. Egal wie, äh, lauf irgendwie umkreis oder so. Ah, Mist. Ja, wie bei Splatoon 2. Ja, da fliegt man auch raus bei fehlender Bewegung. Ach, Mann. Aber... Okay, geh zum Mitte. Geh zum Mitte. Ich bitte zu dir. Okay. Ah, schüttern, schüttern, schüttern. Schüttern, schüttern. So. Zapp, zapp, zapp. Und zapp. Ah, Mann. Jetzt bist du mein Geschwister. Okay. Dann geh du nach hinten und ich geh nach vorne. Nee, nee, ich geh sammeln. Okay, ich geh nach hinten. So. Ach, Mann. Ah, schüttern, schüttern. Ach, Mann. Läuft nicht ganz so, wie ich's geplant habe, aber... Wir gewinnen jedenfalls. Boah, nee. Laserobo. Boah. Ich muss zurück. Zack, 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 zack. Ich hab überlebt. Ja. Oh, mein Gott. Versteck dich. Oh, mein Gott. Na gut, die Eva muss eigentlich überleben, weil die hat am meisten Steine. Die hat zehn. Jawoll. Ja. 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 Ich hab den viel zu spät bemerkt. Ja. Ja. Na gut, ein... So, da haben wir wieder einen Start. Ja. Okay, versteck dich. Wollen wir danach noch ein bisschen Among Us spielen? Komm, komm, komm. Verdammt. Die wollen nur dicht. Die wollen nur dicht. So, jetzt haben sie... Ja, jawoll. Oh, mein Gott. Wird's hier nicht. So, und zurück. Oh, mein Gott. Nein. Nein. Egal, wir kriegen die... Ja, komm, komm. Überleben, überleben, überleben. 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 So, ich hab acht Steine. Komm, ihr kein Geringverdiener. Geh nicht auf Angriff. Nicht auf Angriff. Nö, ich bleib da hinten. Ich bin ein Geringverdiener. Jawoll. Nochmal zwei Steine. Ja, Alter. Geil. Hör, wollen wir danach noch... Wollen wir jetzt danach noch Among Us spielen? Was? Hättest du noch Lust auf Among Us? Ja, klar. Nice. Nein, schütternd. Dann machen wir nach Wallstars ein bisschen Among Us. Okay, liebe Mitte. Danke, danke. Danke. Ja, unentschieden, unentschieden. Was, ey? Wir... Nein, da ist jemand durchgekommen. No, 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 no. Boah. Das war knapp. Ich bin mal gerade in der Mitte, ey. Ich bin mal gerade in der Mitte. Versuch mal, jemanden abzuballern. Ja, ja, komm, komm, komm. Der hat sieben Edelsteins. Nein. Du musst ihn töten. Du musst ihn töten. Ich jetzt sterbe, dann ist es vorbei. Okay. Nein, ich hatte fast... Ha, komm, das ist jetzt richtig bitter gelaufen. Diese gottverdammten Roten. Ja. Rot ist schlecht. Apropos, ich habe dein letztes Video gesehen. Du hast gesagt, böse ist gut und gut ist ihm gewisse. Hä, was? Du hast doch... Irgendwie... Mal... Ein Video sucht. Dann darfst du irgendwas mit gut und böse. Gut und böse? Ja, äh... Warte, ich muss gleich noch... Verdammte Scheiße. Ist das Video, mit dem ich nicht zufrieden bin? Ich weiß noch nicht. Komm, drauf an, welchen Titel. War es ein Mario Kart Video? Ja. Da warst du in einem falschen Team. In einem falschen Team? Ja, du fahrtest irgendwie in einem Mario Kart Video. Achso, ich war in Team Bowser, ne? Ja. Ah, ja. Warum sollte ich... Warum sollte ich nicht im Team Böse sein? Warum nicht? Ist auch irgendwie cool, der Bösewicht zu sein, oder? Manchmal wollte ich auch lieber statt der Superheld der Bösewicht sein, als Kind. Muss ich schon sagen. Ja. Wieso der Held immer sein, wenn man auch der Böse sein kann? Oh mein Gott, die Campen in den Bösen. Die Campen in den Bösen. Gelbe Büsche, ah ja. Das sind eher Maiskornfelder oder so. Wow. Überlebt. Nein, 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 nein. Überlebt irgendwie. Überlebt bitte irgendwie. Okay, GG. Gut, dann war das jetzt die letzte Runde. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Ciao. Ciao.